Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved von Minecraft. Ja, wir haben das Problem, dass wir jetzt hier volles Inventar haben und wir eine Kiste machen müssen, um mal den Schrott hier rein zu tun. So, also alles mal nicht so wichtige. Mache ich jetzt mal rein. Ja, und das lasse ich mal. So, machen wir mal die Kohle noch rein. Gut, dann machen wir mal ein Vapent. Stollenkiste. So, und jetzt schauen wir mal uns ein bisschen hier oben, dass wir da irgendwas finden, das uns hilft. Also, fragen wir mal die Fäden. Boah. Wir haben aber auch keine... Kein Eimer, kein Wasser mehr. Wir müssen irgendwie Wasser herkriegen, damit wir da mal die Lava wegmachen können. Ja, fragen wir mal ein bisschen Redstone mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Sieht interessant aus hier. Ja, sehr vertragreich. Schön. Sehr gut. Ja, mal ein bisschen Redstone mitnehmen. Okay, einen. Und sonst? Volt. Schön. Also, es gibt gute Levels hier. Sonst? Ach, noch Lava hier. Wieso gibt es kein Wasser hier? Hm. Also, geh bitte zurück. Hier ist der Stollen auch vorbei. Hä? War ich da schon? Also, es war ich da schon, aber nein. Ich denke nicht. Ja, also, hier waren wir bei den Seiten. Nehmen wir noch ein bisschen Fäden mit, die wir recht brauchen. Oh, schön da oben. Haben wir noch etwas. Ähm, mal was weg. Echo Gits. So. Wir brauchen doch Erze. Ey, ja. Steine. Ja, hier oben. Okay. Na? Hier oben wäre noch vielleicht was. Ja. Sehr schön. Jo. Okay, mal das Eisen nicht mitnehmen. Hä? Sonst sind wir da immer wieder öpfelt. Ja, ist recht groß, hä? Ist gigantisch. Oh. Ah, gut. Ah, gut. Sehr gut. Okay. Also, alle Steine mal hier reinlegen. Also, den hier. So. Die hier reinlegen. Okay. Ähm. Okay. Kann man es so abwählen. Ja. Sehr schön. Das ist ja mal nett. Ja. Das ist ja mal nett. Ich würde doch die Gegner anhaben. Ja. Wegen dem Partende, weil ich da noch ein paar Sachen gesucht habe. hier. Hm. Ja. Machen wir mal auch. Nicht mitnehmen. Gut. So. Ja, hier weiter hinten gehen wir jetzt mal nicht hin. Was haben wir hier noch? Ein Skelett haben wir hier. Hä? Ich habe nicht mehr geblockt. Gut. Ja, wir bauen viele Fackeln hier. Ob das ist egal. Ah, das ist aber schön hier, wie viele Gleise hier sind. Ach. Da möchte ich gleich wieder eine Achterbahn bauen oder so. Hey, eine Achterbahn um den Baum. Das wäre doch was, oder? Ich hoffe, das vergesse ich dann nicht mehr. Erinn mich daran. Bitte, wenn es so weit ist. Zuerst mal den Baum, bitte. Aber das Haus ist natürlich zuerst da. Ja, ja. Das unendliche Projekt Minecraft bei Drago Basel. So. Ja. Äh. 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 Also, alles, was wieder nicht so nötig ist. Ja, da können wir noch die zwei, noch eines vom Ding. Gut. Kommt mit. Ich kann noch mal so hinlegen. So. Aber mit einer Axt lässt es sich am besten abbauen. Hm. Ja, das ist wieder das Ende des Stolms. Aber recht viel Rubine. Könnte man sicher etwas Gutes machen. Hä? Craften. Blauschiefer. Ja, Spinnen sind schon wichtig. Ach komm, hey. Was sind... Ich hoffe, das ist nicht schon wieder von einem Mod. Ich will mal ein paar Blauschiefer mitnehmen. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Wir haben die grünen. Kreide nehme ich auch mit. Wir kreiden uns was an. Wir malen was an die Tafel. Hm. Hm. So. So, kurz essen, aber da kommen noch mehr. So, essen. Dann mal hier reingehen. Schade, war kein Spawner. Ja, zu schön gewesen. Eigentlich mal einen Spawner zu finden, das ist so selten. Vielleicht durch Baum so plenty. Geht es jetzt hier nirgends raus? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Hm, wo sind wir jetzt? Ah, da rechts. Also hier ist auch nichts mehr scheinbar. Hier geht es wieder runter. Hm, hier ist nichts. Schade. Also, dann gehen wir wieder runter. In den Stollen. Unbedingt in den Stollen. Das ist wertvoll da unten. Mit vollends Zeug. Das ist hier schon oben. Kann das sein? 50. Wo sind wir denn hier? Hinter. Dann gehen wir hier nach oben, oder? Ja, jetzt sind wir oben. Jetzt gehen wir hier noch schräg. Wieso geht der Sand nicht? Wieso fehlt der Sand nicht? Das ist die große Frage. Naja. Ein Gramm, Stollen. So. Schaut euch das mal an. Irgendwie ist das ein bisschen verpackt. Mann, ich will den Sämen. Ich brauch... Hm. Ele... Elefant irgendwann. Und dann kann man reiten. Was Elektro-Röhren machen. Macher. Da, Elefant-Hu. Da, Elefant-Harnes. Omelette. Elefant-Jest. Rote Wolle. Und Stock. Und dann kann man reiten. Gut. Gut. Ich werde den Elefanten zählen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also können wir gleich mal wieder friedlich machen. So. Hm. Damit ich auch ein bisschen rennen kann. Aber Achtung. Hier ist irgendwo die Schlucht. Die Schlucht. Ja. Gut. Dann haben wir ein neues Ziel. Erfolge unten zählen. So. Ja. So. Noch kurz zum mehr um. Eimer füllen. Gut. Und jetzt zurück. Oh, ein Waschbär als Haustier. Also eine Katze, so möchte ich auch als Haustier haben. Für Saus. Habe ich nicht einen Wolfsmod, Hundmod? Hat er nicht mehr drin, sondern in Life of the Wood gehabt. Das ist er noch reingemacht dort. Das wäre noch etwas Spannendes. Wenn es überhaupt klappt, dann kommt der mit rein. Also. Gut, dann machen wir mal hier Sachen rein. Das ist natürlich wieder schwer zum Sortieren ohne Übersicht. So. Und hier das rein und das. Und hier noch mal die Blöcke. So. Gut, dann die Ärzte hier. Mache ich mal die Pferderüstungen auch raus. Und hier mal diese Sachen. Einmal Naschhaufen noch rein und hier. Und die Truhen. So. Mal schauen. Ja, also hier ist eine Pferderüstung. Die Pferderüstung alle mal oben. Und die Säte auch. So. Da kann ich die Lohren auch reintun. Und hier noch die Samen. So. Und zwar. Die Pferden. Gut. Den hier auch noch reintun. Und dann nur noch die Samen. Auf das andere. In die anderen Kisten. Ja, müssen wir schauen, wo wir Samen hintun. Ja, ist das satt. Wo ist die Samenspende? Ja, gut. Wir holen mal eine Doppelkiste noch. Ähm. So, jetzt mal schneller. Hop, hop. Die gleich mal hier hinstellen. So. Also alles mal rein. Was ich anpflanzen will. Und der Rest. Oh, ich mach hier rein. Gut. Ja. So. Also jetzt müssen wir Sticks und Wolle haben. Habe ich hier Wolle drin? oder muss ich die kurz ähm Ding. Ja, aber nur eine Wolle hier. Ja, hier. Vier brauchen wir. Ja. Sticks. Ah, Sticks muss ich kurz nehmen. Ja, dann schauen wir mal. Äh. Oh. Ja. Hm, wir brauchen eins mehr. So. Ja. So war das. Äh, geht nicht. Gelbe Wolle. Äh, rote und gelbe Wolle brauchen wir. Ah, je. Also, öff. Wir haben gar keine Farbe. Wie könnten wir am besten die Farbe nehmen? Ja, mit Blumen. Ach, Mist. Das möchte ich noch in diesem Part schaffen. Das wichtige Färben. Haben wir nicht farbige, äh, farbige, also Blumen. Ja, machen wir Wasserlilien. Oh. Rote Wolle eher. Ja, aber wir brauchen mehr rote Farbe. Hm. Gibt's da hier was Rotes? Burkundri. Not zum Pitcher. Orangen. Was ist Orangen? Geht's noch? Brindende Liebe. Ja, auch Orangen. Ei, ei, ei. Katastrophe. Fleischblock. Nette Wartzen. Ölknulle. Gibt's noch irgendwas mit dran? Gott, Gott. Tja. Also, dann erkunden wir mal ein bisschen die Gegend noch nach Roten. Sechs. Blumen. Ja, dann auch ein bisschen Zeit habe ich. Das sind die Pitcherplans, die bringen uns nichts. Auch Pitcher. Es ist ein schöner Wald, aber keine roten Blumen. Das ist nicht nochmal. Ich möchte den Elefanten zähmen. Zwar können wir den nicht hier hinbringen, aber ähm noch nicht. Oh. Shit. Ja, toll. Jetzt haben wir was Rotes und man kann es einfach nicht weg. Wieso gehen Blumen kaputt, wenn man sie haut? Da haben wir gelbe Blumen. Aber die roten Blumen sind nirgends. schrecklich. Ja, okay. Gehen wir mal noch kurz einmal hier durch den Wald und auf der Seite wieder zurück. Oh. Wabe im Baum. Hm. Das ist wirklich nichts. Ach, Baum sublenty. Wird ein bisschen besser balanciert. Du bist zu einem guter Mod für neue Biome, aber machst es halt einfach ein bisschen feich. Tja. Sind halt auch nur Mods. Aber ja. Mods und Balancing ist immer sehr schwer. noch einen. Gibt es irgendwo noch solche rote Blumen? Da unten muss ich schauen. Ja, nein. Wir können hier sowas nichts abwarten. So, jetzt. Jetzt gehen wir schnell zurück. Schnell zurück. Ohne sterben. Ja, der Part ist noch genug. Kurz. Damit es nicht tausend Jahre braucht, auf YouTube hochzuladen. Weil YouTube Probleme macht bei längeren Parts. Ah, da sind noch die nehme ich gleich mit. noch ein paar ähm Bonemiel hin pflanzen, sonst sind die wieder da, hoffentlich. Und wieder noch mehr bekommen. Gut. Also, schauen wir mal. So. Jetzt geht's nicht. Doch, es geht. Jetzt müssen wir den einfach hinstellen. Auf dem Pferd stellen, ah, auf das, auf den Elefant stellen. Hm. Top, die Wette geht. Werden wir es schaffen. Ah, das wird ein cooler nächster Part. Schon fast nicht aussprechbar. Über diese Brücke gehen dann. Oh. Schade, dass sie nicht grösser sind. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen grösser, sondern realistisch grösser. Also, das ist der Grosse da. Schaffen muss ich jetzt noch einen Sattel holen. Hm, mache ich gleich noch einen zweiten Part. Vielleicht kommt er danach bald. Also, bis denne. Tschüss. Danke für's Schauen. Euer Trago.